wir sind wieder zurück bei minecraft space astro mit dem hat es da war gerade noch ein kipp auf dem berg und wollten weg sprengen auf den schlichten skelett da kommt ein gelade und wir sind richtig hier hart am zu weifen junge hallo zombie und da sind drei kippen drin im ding aber wir können froh sein dass hier oben kein skelett ist das problem ist glaube ich vorbei das ist ganz okay als die wolken die schwarze sind über uns und ich glaube ich glaube ich glaube ich was denn jetzt noch hier unten drin zum ja immer runter du gehst vor tag kommt auf unser links eventuell Oh, Shit! Ich hab auch Skiletten, ein anderes Problem noch. Ach du Scheiße, wo? Wie viele Skiletten sind denn hier? Die drei Skiletten? Schau, ich bin von dir weg. Welchen von den drei, die da kommen? Alle fünf zu Ende. Ich bin runtergefallen, warte kurz. Und Skiletten ab. Ja, ja. 23 Skiletten auch noch. Hallo, ich bin von dir weg. Warte, dann noch Nico, ist ja gut. Dann könnt ihr euch ja ganz bitte schlagen. Okay, ist tot. Aber auch kein Scheiße. Da ist nur noch ein Zombie gerade bei mir, aber den kill ich gerade. Hm. Ich helfe dir weiter los. Irgendwann mal. Ja. Mach du mal. Ich platze auf, dass hier keiner kommt. Top das Schwert, top das Schwert, du Arsch! Ach, keine Ahnung, was? Top das Schwert? Gar nichts. Oh, Tornado, wo bist du? Oh, hast du ein bisschen Angst? Gibt es irgendwo in der Rüstungshalle noch? Na. Ist hier noch öfter? Okay, wir nehmen. Ich tun wir jetzt kurz ein bisschen was essen. Und regenerieren. Ja. Na ja, was heißt wichtige Sachen? Nee, ist jetzt nix so. Warte, danke. Jetzt ist der Chance Q da. Okay, wird dann auch drauf gehabt. Grüne Wolle. Und. Das ist geläppelt bei mir, das ist geläppelt bei mir. Ja, ich kann mal. Das geht jetzt so. Oh Gott. Alter. Er sieht auch nicht alles gut ab. Direkt vor meinem Haus. Ja, zwei, danke. Zwei Stege tot. Ah ja. Gut, dann. Äh. Welche Grüne Wolle. Aber. Äh. Deathpoint waschkust töten. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ich hab' auch schon abgebaut. Aber ich hab' auch schon abgebaut. Aber ich hab' immer alle zu braten, ne? Ja, ich weiß nicht, Nico. Wir haben auch im Sinne von... Ist dann einfacher, äh, was zu machen mit meinem... Äh. Ja, wir haben leider kein Ding, keine Scherer. Ein paar Abbauen noch so lange. Oh, ich weiß. Ein paar Kakten abbauen, Nico. Äh. Ja, gut. Ein paar hab' ich auch noch. Äh, bei 3. Ich bin nur gestorben. Es war auch 3 oder die, die schon gesammelt hatte. Ach komm, ich mag halt die Grüne Wolle weg. Ich hätte es noch einen Dinger zu wollen. Ein, ähm, Hive Quarty. Von den Bienen. Ich bin, dass die beiden Felder noch abernten, die hier sind im Dorf. Dann war für's abgehakt. Und ich gebe kurz auf Suche auf nach Hives, da leidet mein Werkzeug was kaputt. Der hält nur einen Schlag auf. Eigentlich wäre ich echt schlau, wenn ich mir noch ein weiteres Korb, dann ne? Ich idiot. Der... Meinst du die Iron Crowbar? Oder was? Werkzeug? Nee, nee, äh, hier, Skoppa. Skoppa. Ah, so, das da. Aber ich habe jetzt schon eine neue Wolle. Ich habe da eine Wolle für dich gesammelt gehabt, von 3. Das Bett. Mhm. Was stimmt, man? Vielleicht könnte ich mir jetzt noch schlafen, weil ich habe jetzt Wolle. Mhm. Ja, und ein Bett ist hier noch im Dorf. Mhm. Schon da hätte man einfach Wolle holen können. Ja, oben hol ich jetzt nicht die Wolle noch. Ist mir jetzt egal. Ich hab's drauf gebaut, okay. Ja. Erstmal die Wolle haben wir jetzt gebaut gleich. Und danach, äh, könnten wir eigentlich, wenn das abgeholt, äh, Festschaftskritte zu mir kommen, da könnte man dann zum Ding jetzt hin gehen. Zum Tempel. Die letzte Sache, ja. Mhm. Mhm. Oh, dort halt rein. Er denkt dran an, ein Tempel ist unten im Athen Thelen. Also nicht auf die Todplatte da drin kommen. Weil, keinen Bock, dass das die ganze Sache weggespricht wird. Da sind eigentlich richtig coole Sachen dran, deswegen. Ne? Oh, ja. Könnte auch die Matten damit durchwangen. Das wär übelst. Hm. Das ist nice, das ist grad, äh, die Welt, die nicht geladen wird, die wird einfach in, ähm, naja, Wandfarbe angezeigt. Das heißt, das sieht einfach aus wie ne riesen Welt, alter, äh, riesen Welt, alter. Wie bist du? Komisch, der Welt sieht aus wie ne Welt, dann. Okay, na gut. Schon spät, ja, wir haben, äh, ja. Spät. Stimmt. Nach zwei Uhr morgens. Ne, scheiße. Muss man auch mal bedenken hier, ja? Ja gut, äh, ich komm dann mal zu dir. Äh. Besten Bienen, mehr gibt's nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist der Welt? Oder im Dorf. Süden im Dorf. Süden. Süden im Dorf. Okay. Betreffen wir uns dann auch, würde ich sagen. Dann kommen wir davon aus direkt zum Tempel. Oh fuck, hier ist noch ein Bienending. Ich will die schon gerne mitnehmen. Weil die haben wir halt... Oh, ich hab schon drauf viele, alte. Ich hab jetzt schon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prinzesses. Uff. Ey. Okay, jetzt glaub ich, das reicht. Wobei, hier ist halt auch einander. Aber das ist super, und dann noch mal im Tag das verschwenden, muss ich nicht sagen. Ich war nur für den einen. Wollte schon reichen, Leute. Ich könnte ja zumindest meine Taschen mal wissen lernen. Warte ich nicht genau... Welchen der Dinger hier ist... Ich schau schließlich doch auf dem Map meinen Namen. Fährt halt geil. Ja, ja. Ich... Lauf gerade zu dir. Äh... Wir haben hier auch einen Küber, ey. Ich hab grad mal die Quills aufgestellt. Du kannst auch da zurück da rein, was du nicht brauchst. Komm, ich will mal hier in die Höhle rein. Mach was. Mach was. Mach mal auf euch nicht. Mach mal auf euch nicht, lass mal lieber. Mh... 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 Ähm... Bist du... Bist da... Okay. Mh... Oh wei. Mh... 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 Gut, wir haben gerade eine kleine Bässe aufgebaut. Mh... 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 Ich meine... Mh... Nicht zweimal gesch... Mh... Ja. Ja. Das ist doch. Äh... Von... Was kam der andere tot? Na ja. Klar. Oh... Der Sand sieht aber auch manchmal ganz schön komisch aus. Hä... Von der Seite? Wie denn? Mh... Auch so... Mh... Mehr so... So wellenartig wie... Wie Sand auch in echt... Oh, Schatz, warte, wir können uns einfach kurz noch regenerieren noch. Hilfe, Aua, ja, ist ja okay, ich heu ja schon abbiegen. Ah, fuck you, ohlala. Hier, tu deinen Dach mal rein, du kriegst den rechten Platz, ansonsten ist alles voll. Ach, hey, jemini. Haben wir was gefunden? Ja, macht's denn noch nicht mein Teil? Naja, einigermaßen. Gut wie nichts von den Fallen passt rein, die ich aufgesammelt hatte. Ja, einfach, wenn du mal reinstacken kannst, fress den Inventar. Ja, hab ich dich gefunden, du hast leider nur drei Quads. Ja, egal. Ja gut, dann lass abbauen und zurück. Ja, ne, ist halt nicht. Achso, Creeper. Alter. Was ist denn? Du Edi. Er hat ja eben der Keeper getroppt, das musste einfach sein. Alter. Ach, schön. Ey, ich war die Qualse her, Arschloch. Boah. Das ist meine Alte, hallo. Hey. Nachkommen. Alle meins, ja. Ey. Die wirkbarkeit zu haben. Wohl für den Tempel. Tschüss. Wohl schon lang. Klar lang. Oh, das müssen regenerieren sich gerade. Wupsala. Scheiße, ich hab ganz erst da reingeschmissen, ne? Das war ein Problem. Ja, egal. Viel geschaffen habe ich noch. Was reicht. Eventuell, wenn man mal so ein Bienenstock sieht, na, da sagt man Schei, dann können wir noch mal einen mitnehmen. Ah, äh, 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 äh. Wir können hiermit was auch züchten, so ist es nicht, ne? Ein bisschen Sand und Wachsen lassen. Stimmt. Sand haben wir auch so viel. Naja, ein bisschen Mangel warb. Oh, für Dunkel, dann sind wir ganz schnell in den Tempel und dann... Äh, ja, schauen wir mal was wir machen. Das ist easy jetzt. Komm, regenerier, bitte. Also ein bisschen Sand habe ich auch dabei mittlerweile. Aber auch nicht so mega viel. Komm, mich nicht noch, oder sterbe ich vorher kurz regenerieren? Kann ich denn Honig essen? Kann ich nicht. Komm, regenerier doch bitte. Naja, ein Herz noch, komm. Mach ein Herz noch voll. Willst du kein Risiko eingehen? Ja, regeneriert nicht mehr. Fuck, okay, Risiko. Stuhl auf Entfernung. Zwei Herzen, Alter. Okay. Hast du was zu essen, Nico, noch für mich? Äh, ich guck... Ich hab noch insgesamt fünf. Äh, ich guck über die Quelle dran. Ich muss regenerieren. Äh. Oh, Alter, oja. Hallo, Nico. Äh, ja, 16 goldene Korotten willst du nicht essen? Die sind so wertvoll. Äh, ich kann mir Brote machen. Das ist eine Option. Kannst du mir die Workbench platzieren? Äh, ja. Was soll ich die Felder überhaupt geerntet? Ne, ich wusste nicht welche. Oh, okay. Ja, waren da nicht mehr viele. Das warstück die noch voll waren. Ja, drauf geachtet. Oh, scheiße. Okay, wir werden noch zwei Brote machen. Ja, dann. Äh. 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 Da oder wie holen uns das grad noch? Naja, oder wie geht das schnell aus? Es ist so weit entfernt. Geh, dunkel. Ja, egal. Wir haben zu Hause genug. Hast du eigentlich der Bett da genommen? Was genommen? Ja, ich verstehe, dass du Falle sterben hast, dann da in sicherem Spot direkt. Und das vorne. Ah, okay. Äh, so. Und du warst jetzt näher. Was ist denn? Nimm das mal nicht hin. Wir flossen sind schon da. Okay. Hm. 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 Ich bin dran, ne? Ich wollte einfach anspringen und die Trubler auslösen. Das wäre echt richtig dumm jetzt. Ah, ja. Ah, guck mal. Orange Stand Clay. Hm. Hier ist eigentlich die Kult. Jetzt glaub ich halt frei. Erdeckt an die Kult. Wir können das auch auslösen. Äh. Vorsichtig. Hey, hier ist gar keine... Ah, nee, muss ich die nach unten bauen. Ja. Mal zwei Fackeln dran, glatt. Na? Ne, Plus Stand Clay, okay. Äh, lass mal... Äh, fuck. Ja, muss man die Hand abbauen, ne? Die kommen runter. Oh. Ich brauche mal ein Block ab mit der Hand. Und guck mal, wie das runter geht. Ne, da ist offen auf jeden Fall. Äh, oder auch nicht. Ich baue ab, Achtung. Der Blocker darf halt nicht runterfallen. Dann lass immer zwei... Sorry. Ja, jetzt darf ich jetzt. Ich hab grad eine Treppe gebaut. Äh, das ist gar nicht so scheiße aus. Äh, das ist gar nicht so scheiße aus. Ja, baue ich den noch ab. Braucht halt Ewigkeiten. Hm. Ja, den nicht. Mach auch mal... Ja, okay. Noch mehr, weil ich muss auch mit runter. Wollen wir immer eine Vierer. Okay, super. Ja. Besten. Boah, so eine Art Treppe gehört nicht. Wobei, bestimmt, wir müssen eine Treppe bauen. Geiles Treppe bauen. Das klappt gut. Und hier können wir abbauen. Ja. Okay, dann... Oh, hier ist offen. Erschweiß, ohne Schall springen. Ja. Ich würde schon das Video eigentlich hochkommen. Wir können uns hier hochbauen zur Not, aber... So ein bisschen tiefer. Dann baue ich hier runter. Jetzt. Ja. Auf jeden Fall, wo du bist auch noch alles tiefer, bitte. Äh, mach... Du beispielsweise. Oh fuck. Ja, ging aus wegen. Wollte ich nicht machen, weil... Das ist schwierig. Jetzt bitte nicht mehr mich schlagen, weil sonst... äh, fliege ich. Funter war, oder? Schön wär's. Boah, ist noch zu tief, ne? Muss noch viel niedriger, Nico. Ja, ja, ich weiß. Ich baue ja auch... Ich baue dir den Block ab, ja. Ja. Oh, verdammt. So. Dann baust du noch einen weiter unten? Achtung, ich schlag dich nicht. Ja, okay. Und vier Kisten, Alter. Und die Druckplatte in der Mitte. Und die Tee ist unten drunter. Boah, Alter. Wie wird das hinbekommen? Wäre geil. Was ist das hier? Okay. Und die Druckplatte in der Mitte. Jetzt können wir kurz da zumindest, oder hier... Fuck, wir platzieren. Jetzt hier mal ein bisschen mehr. Mhm. Ja, bin ich leider nicht. Hier kommt ein Monster reingefallen. Wenn wir den Monster reingefallen, dann gibt's Beef, Alter. Am besten Creeper. Ja, wenn unten Creeper kommt, alles ist weg. Weil der Tee wird schnell unser Atem wegspringen, auf jeden Fall. Aber schießt uns auf die Creeper. Wir sterben dadurch. Die Fallen sind ausgelöst und alles explodiert. Ja, wenn wir rotterspringen, ist nur alles weg. Weil da explodiert so viel Tee wird unser Atem wegspringen. Unsere Grabstellen auch. Das schaffen wir nicht. Das stimmt. Ich kann leider nicht helfen. Und ich könnte schon rotterspringen. Naja, würde ich nicht... So lange dauert es auch nicht mehr unbedingt. Also, ich würde es lieber lassen. Ich sprich auf die Rückplatte drauf. Du kannst mir beeilen. Gut, ja. Egal, was du wachst. Wir können nur noch retten und schnell hochrennen. Nix mitnehmen. Einzige Möglichkeit. Ich bin froh, die Blöcke nicht rumfallen. Weil die könnte auch draufhauen. Aber da... So. Okay. Erste, du bist du nicht jetzt. Ja. Und dann, das wird noch nichts rausnehmen. Ich will aussehen. Okay. Über den Plug abbauen, Nico. Oder bevor die ist. Damit den Motor passen kann. Dannach brauchst du die Rückplatte ab, bitte. Oder bevor wir vorne. Ja. Und dann ist alles safe. ist ja alles selbst sagen oder erst mal gucken und dann vorloten weil er immer sehen alles ja gar keine ahnung da kann ich jemanden aber okay das nur ich sagen nein weißt du hast nicht dass es darum die dann die kisten kann ich lassen ja und darum gibt es doch egal an sich das ja bei mir gerade machen upgrade maschinen dinge aus hier oben die monstern das nacht mittlerweile aufpassen das ist schon wieder nach hause die kunde zu machen also erst nach hause abliefern unsere kraft stein holen das ende man ist da nicht angucken hier gibt es auch noch einen rundweg aber ich weiß auch gefallen sind einfach nur weg hier das ist das geht das nach draußen die türme rein ja gut dann das gamut gehen und dann in unseren nach hause der erkundung zuerst mal weiter machen da wo wir geschoben sind ja was denn also wir haben voller voller metall junger ja aber wir haben doch da pouches und alles ja ja das kann ich also dem weil ich wollte von inventar voll und da worauf auch kundestür war war mit auch schon gut voll wir können die kraft und wir haben die kraftsteine abbauen können wir nicht alles mitnehmen weil es zu viele weiter nach hause abliefern und dann dorthin gehen und die kraft stein holen auf keinen fall aus ich habe folgendes gefüllt bis oben bin ich kann ich kann nicht noch einen block aufnehmen und ich hatte vorher und vorher war meine werte auch schon dreiviertel voll wie soll das passen und zwar mit 200 inventare hat auf keinen fall wenn wir das von einem aufsammeln und dann das von mir aufsammeln dabei ja dann kommt man sich mitnehmen und dann ist es doch dumm dass wir lieber vorher nach hause laufen dann tun wir alles in den kisten und dann nehmen wir deins was denn das ist so schwer ach du hast doch die kisten dabei hab ich nicht gedacht zwölf stück um gedauert zu sein und ganz viele pouches die noch leer sind aber erstmal nach hause problem ist gerade ich bin echt so schitterisch wenn wir jetzt einfach jemand gehen dahinter fliegen weil ich gerade doch was überleben hier rauskomme irgendwie ja aber alter ich muss mir die wegpunkte löschen ein paar ähm den ich zumindest mal ausmachen das war ja der da hier ist raus ist die hölle los boli schützt ja aber die korea wir haben das ziel nicht mitgenommen unten ich habe gerade ein kleines problem hier vorne oh ja ich sehe es gerade ja ich habe auch etwas rausgeschaut war ein fehler wo ist der zombie wie kleiner ja äh erstmal bin ich versuchen zu töten ja der kleine zombie ist jetzt nur da oh oh ich glaube das skanett kommt jetzt auch noch ich möchte mich verscholzen weil ich sterbe sonst ja das ist ein goldener apfel was goldener apfel ja normal goldener apfel ich werde sonst gut gewesen vielleicht hat der vater vergiftung gekauft wenn du den schaden bekommen ich will mal tnt ich verteidige dich weil nicht dass die doch gerne reingelassen kommen mhm mhm ich habe dich eigentlich nicht zu viel luft jagen danke ja ja ich probier es ich hoffe dass die nicht noch irgendwie ausgelöst werden können weil ansonsten ich habe das meiste zeug dabei nico weil du eine crate hast du dabei ne du idiot meine crate was 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 ich habe ich einigermaßen angenehm das war jetzt mehr dank absorbing aber nach einem mutterwerk die regierung ist auch gar nicht okay tja wie sieht es auch aus wie viel ist das überhaupt und sind hier eine ja machst du schon und eine ist abgebaut gut 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 was 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 das war ja das stimmt und ja Leute dann dankeschön fürs zu sehen Kiefer was was diese voranzug Kiefer die sind so asoziale die Dinger ne das ist schlimm mit denen die sind die sind die sind die sind die sind wir wären so tot gewesen mit dem tt vor allem was explodiert wäre dann das wäre die Atommomme des Todes gewesen die Kiefer runter und BOOM ist dies nun so ein Atompuls aus dem Tempel rauskommen oder alles tot boah die Junge das wäre das wäre richtig geil gewesen als was sie aber richtig geil assi ist dir ungespawnt wack da fack oder hat er durchs Dach reingefallen keine ahnung jaja wahrscheinlich boah alter ja der Lugtheister Kiefer sind echt das sind hitl west ne Dinger Das ist krass Gut Leute, dann jetzt Aber danke schön für's zu sehen Und tschüss bis zur nächsten Folge von Space Astro Ciao